Du hast gesagt, dass du das Pferd hauptsächlich nach innen schauen lässt. Gibt es aber auch die Möglichkeit, dass das Pferd nach außen schaut? Ja, also ich kann hier, ich zupfe ja innen im Endeffekt, um sie so ein bisschen nach innen zu stellen. Wenn ich jetzt mehr außen dran bleibe, kann ich sie leicht nach außen holen, muss aber gleichzeitig innen dranbleiben, damit ich ihr trotzdem die Richtung vorgebe. Also ich bleibe innen dran, ziehe sie nach innen und außen zupfe ich einfach so ein bisschen. Das ist aber auch so eine Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil die Pferde dann, weil man ja mit innen und außen Druck macht, gerne einfach langsamer werden. Das heißt, man braucht wirklich viel treibende Hilfe und auch einfach den äußeren Zügel, um die da so leicht nach außen zu zupfen. Ja, bei ihr sieht man jetzt auch, sobald ich sie nach außen hole, so ganz leicht, wird sie ein bisschen langsamer. Und irgendwann sollte das halt eben klappen, ohne dass sie langsamer werden. beheben.